Hallo Spieler, kommt rüber, willkommen zurück beim Stumble Around im DLC von Outer Wilds in Shadow of the Eye. Wie immer sehen wir das da nicht angezeigt, es ist wie es ist. Resume Expedition, wir steigen direkt ein. Wir haben eine Menge aufzuklären bei den Gewäulen, es gibt jede Menge offene Fäden. Wir gucken aber als erstes natürlich wieder wie die letzten Male im Schiffslogbook nach, was da eingetragen ist, wo noch offene Stellen sind. Ich vermute mal, dass bei allen Siedlungen auf der Ringwelt, wir waren ja jetzt in mittlerweile drei verschiedenen, vier verschiedenen Standorten, wenn man das Gebiet vor dem Reservoir mitrechnet. Und überall, glaube ich, gibt es noch was zu entdecken. Das gucken wir aber gleich nach. Und ansonsten habe ich eine Idee, nachdem die letzte Folge zu Ende war, wieder mal beim Schneiden, ist mir ein Gedanke gekommen, wie das so ist, wenn man es direkt sieht. Und, okay, das war jetzt nicht viel Neues, Submerged Structure, das ist natürlich hier dieser Safe, in dem der andere Safe drin ist. Wir gucken mal, was hier die Texte sagen. A large metal structure suspended by chains. Also eine große metallische Konstruktion, die von Ketten gehalten wird. Man kann von unten reinschwimmen. Und innen ist eine Sealed Vault, also ein verschlossener Safe, ein verschlossenes Gefäß mit grünem Feuer. Ja, wissen wir alles. Wir wissen noch nicht, was das bedeutet. Sealed Vault. Ja, Glowing Symbol Chains. Wir müssen wahrscheinlich diese Ketten irgendwie aufmachen und ich habe im Moment noch überhaupt keine Vorstellung, wie das gehen soll. Aber wir haben ja auch noch viel zu entdecken. Was haben wir hier noch? There's more to explore here. Ja, das ist, was ich gerade meinte. Cinder Islands, there's more to explore here. Und Reservoir, there's more to explore here. Dann haben wir natürlich noch Radio Tower, das ist fertig. Cliffside Building, ja. Das haben wir noch gar nicht gefunden. Okay, dann sind ja unsere Möglichkeiten klar. Die eine Idee, die ich hatte, wir waren letztes Mal bei diesem dritten Diaprojektor und da habe ich ja keine... Achso, ich vergesse es jedes Mal. Ich muss wieder was markieren. Ich habe ja keine Diarolle da gefunden. Und mein Verdacht ist jetzt, beim drüber nachdenken, wir haben diese Tür aufgemacht und dann durch die geöffnete Tür einen Raum gefunden, in dem es aussah, als wäre da so ein Regal für Diarrollen. Und der Boden war aber weggebrochen und der ganze Raum war auch weggebrochen. Und das Ganze ist ja ein Haus auf Stelzen über diesem Reservoir. Und mein Verdacht ist, dass dieser Teil des Hauses, in dem die Diarrollen sind, abgebrochen und ins Wasser gefallen ist und wir den auf dem Grund des Reservoirs finden, wenn wir da tauchen. Die andere Idee, die ich habe, ist, wenn wir rechtzeitig, also bevor diese Mauer bricht und das Reservoir einstürzt, Wenn wir da rechtzeitig vorher dahin gelangen, mal kurz auf die Landung konzentrieren, bevor ich weiter plappere, dann könnte es sein, dass wir dadurch, dass wir relativ hoch, das ist immer der falsche Knopf, dass wir relativ hoch schwimmen auf diesem Floß, dass wir dann durchstarten können auf dem Floß und abheben, so wie hier jetzt, und dadurch dieses Haus auf der Cliffside erreichen können. So, wir müssen es also wieder einmal rum, um diese Theorie zu überprüfen. Und so, das geht natürlich wieder nicht. Na, müssen wir raus. Schwupp, und rauf, und los geht's. Gehen wir mal bis zum Schluss. Vielleicht wäre es auch doch gegangen. Ich habe meine Taschenloppen wieder ausgemacht. Ja, gut, wir zischen hier mal durch, obwohl es hier überall, wie uns ja gerade, das Lock gezeigt hat, noch was zu entdecken gibt. Aber, wir haben es eilig, wir gehen in die Whitewater-Sektion, dann gehen wir da unten in diese andere Siedlung, und dann müssen wir gerade mal hier gucken. Ah, hier rechts ist auch noch jede Menge Zeug. Das können wir auch mal versuchen. Also, an der unteren Siedlung vorbei, und dann so weit wie möglich rechts durch den Kanal. Da ist noch was, das wir gar nicht gesehen haben. Und wenn ich das richtig gesehen habe, geht es da auch zum Reservat. Das heißt, die Theorie, dass das am Grund des Reservats liegt, können wir auch da überprüfen. Ich glaube ja, dass die Gewollenen keine Chance haben gegen uns. Wir sind fix im Kopf und verpassen die Abzweigerung. Ich muss da weiter machen. Ich muss da aufpassen. Ganz rechts wollen wir. Das ging jetzt schneller, als ich erwartet hatte. Ja, ich glaube, das ist schon versammelt. Ich kann mal nicht mehr rühren. Okay, dann hole ich mir jetzt ein neues Floß, falls das geht. Habe ich jetzt alles verdorben? Ist das das Floßwerk? Oh, nee, komm. Nee, 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 nee. Oh, Himmel. Okay, Lehrgeld bezahlt. Dann, das ist ja jetzt viel zu kurz für eine Folge, dann machen wir das einfach nochmal. Die Gewollenen werden ihre Geheimnisse nicht lange behalten können. Boah, das war jetzt peinlich. Gut, aber die Erkenntnis daraus, das ist ja immer das Prinzip von diesem Spiel, weswegen ich das Spiel auch so toll finde, dass die Fehler, die man hier macht, tatsächlich reine Lernchancen sind. Man hat ja keinen Nachteil dadurch. Durch diese Loop-Mechanik verliert man nichts. Es geht einfach nahtlos da weiter. Man verliert ein bisschen Zeit, weil man sich wieder dahin wurschteln muss. Aber wir müssen uns ja auch nicht in den Computer gucken, dadurch geht es auch schnell. Und es ist einfach genauso, wie das sein muss, wie das auch in der Schule eigentlich sein müsste. Statt, dass man rot angestrichen kriegt, dass man falsch gemacht hat. Oh, ist das noch markiert? Müsste man eigentlich für jeden Fehler belohnt werden, den man macht. Und gesagt kriegen, hier, das war falsch, aus diesem und jenem Grund. Und jetzt hast du es gelernt. Fleißsternchen. Und dieses Spiel macht das. Und das finde ich großartig. Also das ist, das mehr ermutigen kann man Explorationen gar nicht. Egal, auf welche Weise man stirbt, ist es meistens irgendwie interessant und lustig. Wobei das jetzt gerade, na gut, war das interessant, war das lustig? Könnt ihr euch überlegen? Ich weiß es nicht. Ich fand es jetzt eher peinlich. Aber man muss es halt auch mal probiert haben. Also diese Strömung ist halt einfach zu... Diese Strömung ist einfach zu stark. Das haben wir jetzt gelernt. Und dann... Und wir haben nicht viel Zeit verloren. Guck mal, wir sind schon wieder da. Und ich mache wieder den selben Fehler mit der Taste, der immer erstmal die Lande und die Kamera angucken, statt auszusteigen. Und dann die Ortierung verlieren. Das sind alles, das wird alles zum Spiel. So, hier rein. Wir kommen, gewolln. Wiegt euch nicht in Sicherheit. So. Und... Déjà-vu. Hä, hier war ich doch schon. Da kommt man auch nicht so bekannt von. Verrückt. So, jetzt rechts halten. Kann man gerade gucken. Okay, wir müssen direkt, nachdem wir aus dieser Whitewater-Sektion kommen, müssen wir rechts... ...unter dieser Brücke durch. Können wir da hinten hin wollen. Also. Mal schauen, ob wir das nicht hinkriegen. Das ist ja übrigens auch ganz lustig, dass in diesem Miniatur-Universum, mit diesem Miniatur-Sonnensystem, hier erst dann plötzlich eine Floßfahrt auch noch eingebaut ist. Und überhaupt diese Wasserdynamik, das Original-Spiel war ja, hatte, wenn es ein Thema hatte, das Thema Veränderung. Die Welt verändert sich, die Planeten verändern sich. Alles verändert sich im Laufe eines Cycles, einer Loop. Und wir sind dabei. Und jetzt hier ist das Thema Dynamik-Wasser. Ich weiß nicht, ich rede Würriszeug. Aber wir sind jetzt, glaube ich, im richtigen Kanal. Würriszeug hin oder her. Hier bin ich, glaube ich, beim ersten Explorationsversuch schmählich gestorben. Wegen Strom. Aber, da das Wasser ja noch nicht gestiegen ist, hoffe ich mal, dass wir auch hier... Das sieht doch ganz gut aus. Unter den Kabeln durch. Ja, perfekt. Und dann haben wir jetzt... Wahrscheinlich wäre rechts doch richtig gewesen. Ja, das ist jetzt wieder die Stelle... Mist, rechts wäre es gewesen. Nächstes Mal. Das ist jetzt wieder die Stelle, wo wir nicht drüber kommen. Gut, schade. Aber dann überprüfen wir jetzt die Theorie mit den Bia-Rähmchen am Grund des Reservoirs. Bleibt nicht überall hängen. So, Submerged Structure ist markiert. Das Reservoir ist voll. Wir könnten natürlich auch hier oben. Da kommt man auch nicht durch. Ne, ich glaube, das schafft man nicht, das zu hoch. Also, schon mal zu höher. So, genau. Hier ist das Haus, das weggebrochen ist. Und wenn meine Theorie stimmt... Dann ist es hier unten. Ha! Ha, ha, ha. So was mag ich. Das kommt man nicht dran. Wege Strömung oder was? Nee, es geht. Komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Okay, wir gucken gleich mal, ob da noch mehr ist. In den letzten waren ja immer mehrere Reals. Nee. Nee. Das scheint alles hier unten zu sein. Okay. Dann... Land. Mit unserer Zauberkraft. Mit unserer Superman-Zauberkraft. Und hier steht auch schon die Laterne. Denn hier ist kein Laternenstress. Das heißt... Wir schlägen die hier. Aha, großartig. Wir erfahren neue Dinge. Weil wir so schlau sind. Ist das nicht wunderbar? Okay. Was geht? Wieder die... Dieser Container. Das Auge. Das ist... Ist das... Ich weiß nach wie vor nicht, was das ist. Und der Heimatplanet. Okay, wir gucken einfach mal. Ich mache wie letztes Mal einfach nur vorwärts, damit es nicht zu verwirrend wird. Next slide, please. Direkt kaputt. Schön. Auch kaputt. Ja, wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt diese DIA-Rolle gefunden und da ist nichts drauf. Wollt ihr mich verdingsen? Gewollen? Ihr Schweine. Das ist aber nicht wahr. Okay, gleich sind wir einmal durch, oder? Nichts drauf. Ich gehe nochmal zwei zurück. Da war so ein bisschen der Andeutung von was. Aber auch nichts zu erkennen. Ja, tippitoppi. Hier sind Gewollen, die wieder böse gucken. Das darf doch nicht wahr sein. Okay. Also, die... mit drei Schlössern versiegelte Truhe. Die Vault wird umstanden von Gewollen. Und jetzt bauen sie wahrscheinlich dieses... Ja, jetzt bauen sie das Ding da drum, machen Ketten dran und versenken das. Schön und gut. Und das war's. Toll. Ja gut. Also, da haben wir jetzt... Ein Chips-Lock ist updated. Also, irgendwas können wir dann nächstes Mal da nachgucken. Aber viel gelernt haben wir jetzt nicht. Muss ich mal ganz kritisch hier anmerken. Das ist... Nachdem ich gerade das Spiel so gelobt habe... Das ist natürlich jetzt... Ganz, ganz schlecht. Oh, die Sonne ist schon wieder so rot. Und so geht das mal so schnell. Einfach, wenn wir es können, machen wir mal eine Tür auf. Ja, gut. Und jetzt... Äh... Da kann man mal gucken, was wir da jetzt gerade verpasst haben. Das hat er jetzt sehr desorientiert. Das war die Abzeugung, die ich hätte nehmen müssen. Ja. Gut. Nächstes Mal dann. Da sind noch jede Menge Sachen, die wir nicht gesehen haben. Und da kommt man dann zu diesem anderen Kanal raus. Also, wir können natürlich auch gleich, wenn der Staudamm wieder bricht... Oh, was ist da denn noch? Da leuchtet was. Achso, das ist eine Floßaufnahmestation. Jetzt passiert wieder... Irgendwas. Aber was? Ich sehe nichts. Das kam aus dieser Richtung hier. So, von der Verortung des Geräuschs. Ich habe nichts gesehen. Gut, wir können natürlich einfach hier auch noch mal tauchen. Oh, das ist völlig die Orientierung fordern und sehe auch nichts mehr. Interessant. Ja, da ist die Sicht ist jetzt nicht allzu gut. Aber wir sind ja auch relativ weit unten. Ich glaube, das letzte Mal, als wir hier getaucht sind, war die Mauer schon gebrochen. Und das Reservoir nur noch sehr wenig Wasser. Den Satz kriege ich grammatisch nicht mehr korrekt zu Ende. Auch das kann vorkommen im Weltraum. Im Weltraum hörte ich keiner, komplette Sätze sprechen. Ja gut, jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, was wir noch tun können. Denn ich habe quasi ja versammelt, die Chance in diese eine Abzweigung reinzugehen. Wir haben natürlich die beiden Siedlungen, wo wir noch nicht alles entdeckt haben. Die aber leider jetzt auch hinter der Mauer sind. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal warten, bis der Staudamm bricht. Wir versuchen mal noch hier rauf zu kommen. Aber ich glaube, hier ist wahrscheinlich auch nichts mehr. Das sieht mir irgendwie jetzt nicht sehr vielversprechend aus. Kann man gar nicht hin. Hier könnten wir natürlich, aber sonst muss man im Steg landen, aber jetzt müsste er dann sowieso irgendwann bald dieser Staudamm abbrechen. Da oben auf dem Staudamm ist auch noch einiges. Dann leuchtet es. Und diese Plattform, vielleicht ist die Plattform verschoben worden. Die steht jetzt an einer anderen Stelle als gerade. Ich versuche mal, ob wir da noch hinkommen, bevor der Staudamm einreist. Wahrscheinlich sterben wir dann gleich auf dem Staudamm. So ist es dann halt. Also die ist jetzt in der Mitte. Ich hatte das Gefühl, die war vorher weiter rechts. Vielleicht bewegt die sich. Vielleicht ist das auch das Geräusch. Das kam ja auch aus Richtung des Staudammes. Und da oben blinkt irgendwas. Vielleicht ist das auch noch ein Warnsignal. Achtung, der Staudamm bricht gleich. Gucken wir mal. Da hinten ist auch eine Tür. Nein, du sollst mich umsetzen. Ich will nicht schnell. Nein, 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 nein. Ich protestiere. So, hier will ich lang. Ja, das sieht doch gut aus. Da ist noch was zu finden. Das müssen wir jetzt schnell machen, bevor uns der Staudamm unter dem Hintern wegbricht. Aha. Okay. Die Sonne ist tatsächlich schon sehr rot. Hier geht's lang. Hier geht's lang. Und was haben wir hier oben? Eine Aussichtsplattform. Ich habe noch nicht verstanden, was hier vorn und hinten ist bei diesem Ding. Ist das die Vorderseite oder ist das der Antrieb? Auf jeden Fall kann man hier... Da waren hier Beobachtungssessel aufgebaut. Da haben die Gewäulen sich angeguckt, wo sie hinfliegen. Gut, jetzt haben wir eine Abzeugung da drüben und eine hier. Dann gehen wir erst mal zu der hier oben. Hier ist ein Device. Das wäre schlauer gewesen, wenn ich vorher eingestiegen wäre, wenn ich mir das gerade so überlege. Gut, das ist ein klassischer Aufzug. Man kann also rauf und runter fahren, wenn man diese Drehscheibe an der richtigen Stelle anhält. Und damit kann man ihn rufen. Das heißt, wir fahren doch direkt einfach mal runter, was uns da erwartet. Und vergessen nicht, dass wir da oben noch eine Abzeigung haben, die wir gerade nicht genommen haben. Auch jetzt geht, glaube ich, gerade der Staudamm kaputt. Vielleicht. Okay, hier ist keine Luft mehr. Und es ist sehr, sehr dunkel. Oh. Ach, guck mal an. Hier haben wir einen versteckten Hintereingang zum Staudamm. Sieh mal an. Das ist doch gut zu wissen. Den können wir dann das nächste Mal nehmen. Jetzt fahren wir wieder rauf. Gucken wir uns diese andere Stelle an. Ja, das ist ja auch super. Aber ich meine, ich glaube, ich habe beim ersten Mal, als ich diese Parkbucht untersucht habe, habe ich die auf der anderen Seite untersucht. Und offenbar gibt es da keinen Hinterangang. Aber vielleicht habe ich es auch einfach übersehen. Weil es ist schon auch sehr dunkel. Hier ist was rausgesteckt. Ich wundere mich, dass es noch keine dramatischen Geräusche gab vom Staudamm. Aber vielleicht hören wir die hier unten auch einfach nicht. Was haben wir hier? Hier haben wir noch was entdeckt, was die Gewäulen aufgebaut haben. Da gucken wir mal. Die sind offensichtlich deutlich größer als wir. Die Tische und so, das ist alles viel zu hoch. Eine Unverschämtheit. Hast du einmal hier zugemutet? Also, wir machen das Licht aus, damit wir aussehen. Okay. Äh, was? Also, 2 von 4. Okay, jetzt geht der Steigerflug. 2 von 4. Bis zu 3 von 4. Ist das die Sonne? Ist das der... Ich wollte gerade sagen, ist das der Stand der Sonne? Und wenn das voll ist, explodiert es. Aber das macht ja keinen Sinn. Denn das passiert ja in jeder Lübe. Und woher sollten die Gewäulen das wissen? Oder wir behalten das mal im Hinterkopf hier. Weil das sieht schon aus wie die Sonne. Und ich weiß nicht genau, was ich von diesen Sektionen her halten soll. Hier haben wir, glaube ich, den Antrieb. Oder wollen die uns sagen, dass ihre eigene Sonne kurz vor der Explosion war? Und wenn sie deswegen weggeflogen sind. Und was ist diese Welle? Schockwellen... Sieht aus wie diese Schockwellenfront auf den Dias. Die aber ging vom Auge des Universums aus. Und das ist nicht das Auge des Universums. Zumindest nicht die Ikonografie. Die diese dafür verwenden. Also wir verstehen das noch nicht so richtig. Was gibt es hier sonst noch so? Nichts. Gut. Auch das hat jetzt wieder einen Logbuch-Eintrag angelegt. Das heißt, da können wir nächstes Mal auch wieder nachgucken. Aber ansonsten... Tja. Tja, ja. Jetzt könnte es natürlich noch sein, dass es auch auf der anderen Seite... Äh, sind wir hier runtergekommen? Ja. Dass es auch auf der anderen Seite des Staudams eine solche Tür gibt. Da kommen wir jetzt natürlich nicht mehr hin, weil wir werden gleich sehen, was hier oben passiert ist. Aber wahrscheinlich kommen wir oben raus und vor uns wieder abrund, weil der Staudam jetzt gerade aufgerissen ist. Ja, so ist das. Okay. Und auf der anderen Seite sieht es auch nicht so aus, als gäbe es da eine Tür. Ähm... Gut. Ein bisschen Zeit hätten wir ja noch. Um vielleicht nochmal zu gucken, ob wir an dieser Siedlung... Aber das Problem ist natürlich auch, wenn die Siedlung jetzt komplett unter Wasser ist, dann finden wir da wahrscheinlich eher nichts mehr. Was interessant ist. Da guckt nur noch sehr wenig raus. Wie sieht es da hinten aus an der Stelle, wo ich gerade die Abzeugung nicht geschafft habe? Ja. Also das ist das Gebäude auf der anderen Seite, diese Schlucht. Also die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr hoch, dass man über diese Stege hier dann von hinten durch diese Steinformation kommt und dann das Gebäude von hinten betreten kann. Wir wissen immer noch nicht, worum es hier geht. Und was wir eigentlich machen können. Also es gibt diesen Safe. Wir haben aber keine Vorstellung davon, warum der verschlossen ist, was da drin ist und wie man ihn aufbekommt. Es gibt diese Gewäulen, die hier mit diesem Ding angekommen sind, sich dann irgendwie übers Auge geärgert haben oder Angst vor ihm bekommen haben. Und jetzt aber offensichtlich ja alle nicht mehr da sind. Und mehr wissen wir nicht. Also für das nächste Mal würde ich sagen, versuchen wir die fehlenden Sachen in diesen beiden Siedlungen zu finden. Da leuchtet eine. Ich würde gerade sagen, da leuchtet was, aber es ist mein Cursor. Mein Target da in der Mitte. Ja, ich glaube wir haben so ein bisschen das erschöpft, was wir jetzt noch tun können. Wir könnten natürlich jetzt nochmal irgendwie hier ein bisschen tauchen. Machen wir mal. Ach so, dieses Dia, das findet man... Ach nee, das ist einfach nur sehr weit oben. Okay, der Abfall im Wasserspiegel ist schon... Ordentlich. Und gegen die Strömung kommen wir uns sehr schlecht an. Okay, jetzt bin ich schon etwas teuer. Oh, ja, nein. Oh, nein. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob wir zum Ende der Loop schaffen. Oder... Ist das ein Raft? Ist das vielleicht der andere eine? Oh, das kann man auch von dieser Seite aufmachen, wahrscheinlich. Da ist auch Strömung drin, interessanterweise. Das geht jetzt natürlich nicht mehr, weil das Unterrasse ist. Aber das ist der andere Eingang von der sonnenabgewandten Seite. Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir die Sachen, die es hier noch zu entdecken gibt, in diesen beiden Siedlungen finden, während die überflutet sind. Ich könnte jetzt natürlich Spaß daran nochmal versuchen, falls die Zeit reicht, einfach zu schwimmen, falls ich das überlebe. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil ich bin jetzt schon so beschädigt, dass wenn ich jetzt irgendwo noch dagegen dotze, bin ich tot. Und dann haben wir es wieder geschafft für diese Runde. Wir haben keinen großen Fortschritt gemacht, wir hatten den schönen Erfolg. Komm, fluss, fluss, fluss. Ja, ja, ja. Perfekt. Wunderbar. Abspannmusik spielt. Achso, da kommen wir jetzt eh, das war jetzt, äh, nee. Okay. Ich habe nicht mitgedacht. Das Problem ist ja, also jetzt kommen wir da gar nicht mehr durch, weil hier alles überflutet ist. Und uns das jetzt gleich wieder in diesen anderen Kanal reißt. Und zweitens, äh, fahren wir da ja sowieso jetzt in die Kabel rein. Das ist ja jetzt lebensgefährlich. Ich könnte natürlich versuchen, wenn man da drüber fliegen kann. Ich werde hier nochmal meinen Treibstoff aufbauen. So. Aber... Das wird nicht gehen. Also, ich glaube, wir nähern uns dem Ende dieser Folge, denn jetzt werde ich gleich hier elendiglich einen Elektroschock bekommen, weil da spratzelt es schon. Ich kann natürlich... Ah, vielleicht geht's hier, aber hier lang. Ah, es hat geklappt. Sehr gut, wieder was rausgefunden. Wir können über diese Kabel auch wegfliegen. Und was haben wir hier? Ja, wir haben jetzt eine ganz neue Siedlung, aber die ist natürlich jetzt auch kaputt. Und jetzt kommt endgültig die Abschwammmusik. Das war gar nicht gerade die, äh, Wilduntergangsmusik, aber jetzt kommt sie. Ah, shit. Jetzt läuft uns wie üblich bei Outer Wilds die Zeit davon. Der Tod kommt unbarmherzig. Und macht alle unsere Anstrengungen zunichte. Wie komme ich da jetzt schnell wieder rauf? Ein bisschen Info mitnehmen. Ja gut, hier müssen wir nochmal hin. Wenn wir nicht... Ja, nochmal so einen Aufzug. Wow. Gut, auf den letzten Metern machen wir noch hier interessante Entdeckungen. Da drüben sind jede Menge Gebäude. Da ist ein Turm, den man hochklettern kann. Hier geht's noch nach drinnen. Okay, das hat sich... Das ist natürlich geometrisch alles sehr cool hier. Mal wieder zwischendurch sagen. Diese Ringweltarchitektur, wo dann über uns der Teil ist, in dem wir gerade geschwommen sind. Das ist alles toll. Ja, und jetzt geht's gleich kaputt. Hier ist schon wieder so ein Raum mit... Ich glaube, denselben Bildern wieder. Das ist offenbar so eine Art Kirche. Die steht hier... Ich glaube, es ist jetzt die dritte oder vierte, die wir da gefunden haben. Ja, und hier hat's natürlich alles kaputt gerissen. Ich weiß jetzt aber auch gar nicht, ob man da rüberkommt. Oder ob man unten rein muss. Das sehen wir alles nächstes Mal, wenn wir hier wieder hinkommen. Hier ist die Kirche. Ich weiß nicht genau. Es gibt drei von diesen Kirchen. Es gibt drei Schlösser. Hat das was zu bedeuten? So, die Musik hat aufgehört. Gleich ist es zu Ende. Es hat Spaß gemacht mit euch. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir rausfinden, was hier eigentlich los ist. Bei den Gewäulen, was der Quatsch soll. Und hoffentlich mal der Sache ein bisschen näher kommen, wie wir diese Vault aufkriegen. Bis dahin, gehabt euch wohl. Und spielt selber Outer Wilds. Ihr seht, wie toll das ist. Das Hauptspiel ist noch viel toller. Oder, nee, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber bis jetzt fehlt mir noch so ein bisschen der Knack an diesem DLC. Aber ich gehe davon aus, dass das noch kommt. Wir haben jetzt auch sehr viel entdeckt. Das gucken wir uns nächstes Mal an. Die nächste Folge wird sicher spektakulär. Bis dann. Tschüss.